Manche sagen, so sie Tilo Worteln hören, ich kann nicht deine Sprache benutzen, so etwa, und du musst wohl jedes Wort auf die Goldwaage legen. Einmal, niemand gehört die Sprache. So die Sprache, jemand gehört, ist man sprachbesetzt, Sprachbesitzer. Und das stoppt. Also, das Wort, Gott im Wort Wissen, und dann ist jedes Wort ein Gottwagnis. Nicht die Goldwaage, nein, die Gottwaage ist es, das Gottwagnis, das es macht, Worte senden. Eier und Menschen, die sich davon gestört fühlen, von diesen klaren Informationen, sind gestörte Götter. Sind gestört, so Gottes Information klar fließt. Und das ist das, das Lösen, das Heilen, das ist echt ein Menschenliebengang. Ja. Bis dann. Schönen Tag. Bin CHA2 15 21 21 24 24 25